Hallo Leute! Heute gibt es endlich mal ein neues Video wieder von mir im Jänner 2021 und zwar möchte ich euch heute die weißen Ohrfasane aus Tibet etwas näher vorstellen. Wie ihr sehen könnt, es sind richtig tolle Vögel für den Winter, die sind sehr gut gerüstet für die kalte Jahreszeit und haben hier auch im Bayerischen Wald kein Problem mit den Minusgraden. In ihrer Heimat Tibet steigen sie ja auf über 4000 Meter Seehöhe hinauf und leben auch dort oft in Siedlungsnähe, lassen sich zum Beispiel von Mönchen in den Bergklöstern anfüttern und das schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Also das hat dort auch schon eine gewisse Tradition und vielleicht erklärt das auch, warum die weißen Ohrfasane sich auch hier bei uns im Bayerischen Wald so gut als Hausgeflügel machen und eigentlich dabei sogar zutraulicher sind wie so manches echte Hausgeflügel, zum Beispiel die oft sehr schreckhaften und nervösen Berlhühner. Der weiße Ohrfasane zählt zur Gattung Grosoptilon, von der man insgesamt mindestens vier Spezies unterscheidet. Er gilt als potenziell gefährdet, denn viele Populationen in seinem Verbreitungsgebiet werden kontinuierlich kleiner, vor allem durch Bejagung. Ein interessantes Merkmal des weißen Ohrfasanes ist sein fellartiges Gefieder, das fein zerschlissen wirkt und manche auch an das Federkleid von Seidenhühner erinnert. Das ist eine Anpassung an die Kälte, denn die Ohrfasane steigen auf über 4000 Meter Seehöhe hinauf, besonders in Tibet. Ohrfasane fliegen nicht sehr gerne und wenn, dann am liebsten hangabwärts. Lieber klettern sie oder hüpfen und springen auch von Ast zu Ast oder Stein zu Stein. In ihrem ganzen Verhalten sind die Ohrfasane eher ruhig, wirken auf mich fast schon bedächtig. Wenn man sie jetzt insbesondere mit anderen Fasanenarten vergleicht, wie den Edelfasanen, den Diamantfasanen oder den Goldfasanen, die oft eher als hektisch eingestuft werden dürfen, dann wird klar, was ich damit meine. Wenn sich die Ohrfasane wohlfühlen, kann man sie daher auch frei laufen lassen, so wie wir es hier auf dem Grundstück machen, wo sie gemeinsam mit Schafen, Hühnern, Berlhühnern und Pfauen leben. Bei mir vertragen sich die weißen Ohrfasane auch relativ gut mit Haushühnern. Hier ist jetzt zum Beispiel der Steinbüpperl Han Nacho mit dabei, der hier Mehlwürmer aus meiner Hand frisst. Und ja, das ist auch in Tibet so. Also wenn man da mal so googelt, wie es denn aussieht, wie die weißen Ohrfasane in den Bergklöstern leben, dann laufen die da oft auch sehr gemischt mit anderen Geflügelarten rund und eben auch mit Haushühnern. Der Ohrfasane gehört zur Ordnung Galliformes, ist also ein Hühnervogel. Und ja, jetzt schauen wir uns mal eine andere Ohrfasaneart an, nämlich den blauen Ohrfasane, der vielen von euch vielleicht nochmal deutlich bekannter ist als der weiße. Ein weit verbreiteter Irrtum ist es, dass der weiße Ohrfasane lediglich eine weiße Zuchtform vom blauen Ohrfasane wäre. Tatsächlich handelt es sich aber um zwei völlig verschiedene Wildformen, die sich auch in ihrem Körperbau unterscheiden. Der blaue Ohrfasane hat zum Beispiel deutlich stärker ausgeprägte Ohrenbüschel als der weiße, was man hier jetzt gut erkennen kann. Blaue Ohrfasane lassen sich sehr gut nachzüchten und werden von vielen europäischen Fasanenliebhabern erfolgreich gehalten und vermehrt. Im Gegensatz zum weißen Ohrfasane bilden sich im Schwanzgefieder des blauen Ohrfasans zwei stark gefranste, zerschlissene Hauptsicheln heraus, die hier gut zu sehen sind, da sie auch höher stehen als der Rest des Schwanzgefieders. Weiße Ohrfasane können im Grunde genommen genau gleich wie Hühner gehalten werden. Sie lernen auch wie das andere Federvieh, nachts in einen sicheren Stall zu gehen, wo sie zum Beispiel vor Marder und Fuchs auch in Sicherheit sind. Unsere weißen Ohrfasane mögen es aber auch tagsüber, gemischt mit den Hühnern rumzulaufen oder auch mal irgendwo am Zaun oder auf Ruheplätzen aufgebäumt zu rasten. Und gerade mit den Yokohamas vertragen sie sich wirklich prächtig, vielleicht auch, weil der Charakter der Yokos den Ohrfasanen doch recht entgegenkommt. Es sind auch recht ruhige Hühner. Die Ohrfasane können, wenn sie mögen, natürlich auch auf erhöhte Positionen fliegen, sind uns bisher aber noch nie abgehauen. Natürlich haben wir die weißen Ohrfasane nicht einfach geholt und dann frei laufen lassen. Also das muss schon mit ein bisschen Gefühl und Gespür passieren. Wir haben sie vorsichtig an das andere Hausgeflügel gewöhnt, indem wir mitten im Hühnerhof ein Fasanengehege errichtet haben. Dort haben sich die weißen Ohrfasane dann aber sehr schnell eingelebt und gezeigt, dass sie mit ihrem ruhigen Verhalten sicherlich wenig Probleme machen. Also waren sie da drinnen dann eigentlich auch nur ein paar Wochen von dem anderen Geflügel getrennt. Relativ problemlos ist auch die Ernährung des weißen Ohrfasanes, allerdings fällt mir da auf, dass viele es sich da auch schon wieder zu einfach machen. Er isst hauptsächlich Vegetarier, möchte Wurzeln, Knollen, Grünzeug, Blätter, Nadeln und ähnliches fressen. Sämereien und Getreide bilden in der Natur nur einen kleinen Anteil seines Menüplans. Hier bücken die weißen Ohrfasanen auch an einem gefrorenen Apfel, was die Hühner zum Beispiel nicht machen würden. Der scharfe Schnabel der weißen Ohrfasane ist nämlich ein mächtiges Werkzeug. Von der Natur ist der kräftige Ohrfasanenschnabel auch als Grabewerkzeug konzipiert. Sie graben nämlich eben auch nach Pflanzenwurzeln und Knollen. Darum macht es ihnen auch so richtig Spaß, wenn man ihnen mal Gras, Soden samt Erdreich und Wurzeln in eine Foliere gibt zum Zerpflücken. Im Winter fressen die Ohrfasanen zur Deckung ihres Flüssigkeitsbedarfs auch mal gehörige Mengen Schnee. Das kann ich fast jeden Tag beobachten momentan. Trotzdem sollten sie aber natürlich immer sauberes und frisches Trinkwasser zur Verfügung haben. Eine Foliere muss gut strukturiert sein, viele Gelegenheiten zum Springen und Klettern bieten und möglichst auch Äste zum Ruhen an erhöhten Positionen, denn das ist in Ohrfasanen sehr wichtig. Sie haben meistens so einen lockeren Truppenzusammenhalt, allerdings zur Barungszeit, zur Brutzeit bilden sich Bahre und dann kann es sein, dass die Ohrfasane sich untereinander ziemlich territorial verhalten. Die Unterscheidung der Geschlechter ist insbesondere im Jugendalter nicht ganz unproblematisch. Männliche Exemplare haben aber in der Regel stärker ausgeprägte rote Gesichtsmasken, deutlich rötere Läufe und oft auch einen stärker ausgeprägten Sporn. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in die Haltung des weißen Ohrfasans, aber ich wollte euch eben einfach auch mal die Art vorstellen, denn man findet auf YouTube ja noch nicht wirklich viele schöne Bilder von Ohrfasanen, die auch frei laufen dürfen, so wie wir sie hier halten. Denn gerade das ist ja das Schöne an den Ohrfasanen, dass man sie nicht wie viele andere Fasanenarten einsperren muss. Jetzt hat man auch gerade was Witziges gesehen, ein kleines Steinbibberlhahn hat den weißen Ohrfasanen angepalt. Das ist insofern lustig, weil wir haben momentan nur sechs Hähne von den weißen Ohrfasanen, haben da extra den DNA-Dest sogar machen lassen. Also da hat er nicht viel Chancen. Bestimmt kommen jetzt von euch wieder die Fragen in den Kommentaren, ob Haushühner sich mit Fasanen kreuzen können. Also vom Edelfasanen, Jagdfasanen ist es bekannt, vom Ohrfasanen kenne ich bisher keine Hybriden. Zum Thema Hühner und Fasane gemeinsam halten noch eine kleine Ergänzung. Wer mir auf Instagram folgt, weiß ja, dass uns auch ein Edelfasan zugelaufen ist, der Picasso, und der lebt tatsächlich mit meiner bunten Happy Hühnerschar, die ihr von YouTube kennt, inzwischen zusammen. Er kommt fast jeden Tag für ein paar Stunden zu Besuch, frisst hier mit und macht eigentlich rundherum keinerlei Schwierigkeiten. Den weißen Ohrfasanen ist er bisher noch nicht begegnet oder hält sich bewusst von ihnen fern. Danke fürs Zuschauen und lasst mich wissen, ob ihr auch an einem Brut-Video zu den Ohrfasanen interessiert seid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017